Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Mein Name ist Katja Selmigkeit und ich möchte Ihnen heute zeigen, wo Sie frei verfügbare Lehr- und Lernmaterialien, sogenannte Open Educational Resources oder OER, für Ihre Onlinelehre finden können. OER sind Bildungsmaterialien, die von Ihren Urheberinnen oder Urhebern unter einer freien Lizenz meist online zur Verfügung gestellt werden, sodass sie dann frei nachgenutzt werden können. Um was für Materialien es sich dabei handelt, das kann sehr unterschiedlich sein. Das können umfangreiche, sehr aufwendig hergestellte Kurse sein, also quasi ein ganzes Uniseminar in Form von Videos, Texten und Aufgaben. Oder es können einfache Video- oder Audio-Mitschnitte sein, Grafiken, Handouts, Quizzes oder didaktische Konzepte. Auf der Homepage der UB haben wir einige nationale und internationale OER-Plattformen zusammengestellt, die aus unserer Sicht besonders ergiebig und hilfreich sind. Wir haben dort auch Links zu Portalen für freie Videos, Bilder und Sounds aufgenommen und Hinweise zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Nachnutzung. Ich möchte Ihnen jetzt exemplarisch einige Plattformen vorstellen, und zwar als erstes Class Central. Das ist ein Aggregator für sogenannte Massive Open Online Kurses oder kurz MOOCs von Universitäten aus vielen Ländern der Welt in vielen verschiedenen Sprachen. Neben Kursen aus Stanford, Harvard und dem MIT sind auch Kurse der TU Berlin und anderer deutscher Universitäten enthalten. Gleich auf der Startseite kann man über den Suchschlitz Stichwörter eingeben. Falls Sie in mehreren Sprachen suchen möchten, dann sollten Sie das gegebenenfalls übersetzen. Wenn ich mich zum Beispiel hier für einen Linux-Kurs interessiere, dann bekomme ich gleich beim Tippen erste Vorschläge, die dieses Stichwort enthalten und könnte mich beispielsweise weiterklicken zu dem Kurs Introduction to Linux. Es gibt aber auch die Möglichkeit, nach Subjects zu browsen. Oben links auf einer ersten Ebene bekomme ich die großen Wissenschaftsdisziplinen angezeigt und dann kann ich mir das nochmal weiter untergliedern lassen und auf den Bereich klicken, der mich interessiert. Dann bekomme ich eine Trefferliste angezeigt mit Kursen, die darin enthalten sind und kann sie mir anzeigen lassen. Hier erscheint wieder unser Kurs Introduction to Linux, den wir eben über die Stichwortsuche auch gefunden hätten. Die meisten Kurse haben in ihrer Beschreibung so einen kurzen Trailer, wo der oder die Dozentin ein paar Worte zu dem Kurs sagt. Das ist ganz nett, um sich einen Eindruck zu verschaffen und es gibt Angaben darüber, wie umfangreich der Kurs ist, wie viele Stunden er insgesamt dauert, wie viel Aufwand man pro Woche betreiben sollte, um daran teilzunehmen. Wenn man sich anmelden möchte, geht das mit den Facebook- oder Apple-Zugangsdaten oder man registriert sich bei ClassCentral mit einem separaten Account. Als zweites Portal zeige ich Ihnen OpenLearnware der TU Darmstadt. Diese Plattform beinhaltet vor allem eine Menge Audio- und Videomitschnitte von Vorlesungen und Vorträgen, aber auch sonstige hilfreiche Materialien. Auch hier hat man die Möglichkeit, thematisch zu browsen und sich zu einem bestimmten Thema durchzuklicken. Ansonsten gibt es auch hier auf der rechten Seite einen Suchschlitz, wo man nach Stichwörtern suchen kann. Schließlich möchte ich Ihnen noch OER-Hörnchen vorstellen oder Öhr-Hörnchen. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das ist ein privates Projekt von Matthias Andrasch, das ursprünglich für den schulischen Bereich entwickelt wurde. Inzwischen gibt es das OER-Hörnchen aktuell noch in der Beta-Version auch für Hochschulen. Auch hier kann man eine Stichwortsuche durchführen. Man kann verschiedene Filter verwenden, zum Beispiel nach Lizenzen und Datenquellen. Und perspektivisch kann man offenbar auch nach Fachbereichen, Materialarten oder technischen Formaten filtern. Das ist allerdings noch nicht realisiert. Das war ein kurzer Überblick über Open Educational Resources und wo Sie sie finden. Wie Sie die Materialien dann in Ihre Online-Lehre genau einbinden, ob Sie also zum Beispiel ein Video in ISIS verlinken und die Studierenden dazu Fragen beantworten lassen, oder ob Sie einfach Grafiken in Ihre Präsentation einbauen oder ähnliches, das bleibt natürlich Ihnen überlassen. Es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten. Falls Sie selbst planen, eigene Lehr- und Lernmaterialien als Open Educational Resources zur Verfügung zu stellen, finden Sie dazu auf unserer eingangs vorgestellten Informationsseite ebenfalls ein paar Tipps, wie Sie vorgehen können und worauf Sie achten sollten. Falls Sie noch Fragen haben, dann kontaktieren Sie uns gern jederzeit per E-Mail, Chat oder telefonisch. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald!